Chemie-Laborantin Hallo, ich bin Sophia. Ich bin Chemie-Laborantin im ersten Lehrjahr bei Sea Abrasives. Das ist ein Unternehmen der Bosch-Gruppe. Meine Oberstiftin Stefanie und ich werden euch zeigen, wie unser Alltag aussieht. Bei uns als Lehrling stehst du nicht nur Schleifmittel her, sondern du hast Blöcke mit typischer Laborantenarbeit. Abschliessen wirst du als Chemie-Laborantin EFZ und wirst auch dementsprechend in jedem Labor weiterarbeiten können. Bei uns bei Sea Abrasives werden Schleifmittel für jede Oberfläche hergestellt. Ihr habt sicherlich im Hansgi-Unterricht schon mal welche in der Hand gehabt. Hier in diesem Video werdet ihr den Aufbau von Anfang bis Ende sehen. Wenn du vorhast, bei uns eine Lehre als Chemie-Laborant zu machen, dann ist es wichtig, dass du ordentlich und sauber schaffst, genau schaffst und es ist kein Vorteil, wenn du auf Rieksfosse mit Mathe bist. Wie ihr hier sehen könnt, kann man gewisse Sachen nicht alleine machen. Aus diesem Grund müsst ihr teamfähig sein. Eben so ist bei uns das Labor nicht ganz das Grösste. Das heisst, ihr werdet euch oft mal über den Weg laufen. Bei uns im Betrieb herrscht immer eine super Stimmung, was auch sehr wichtig ist. Denn es gibt Arbeiten, die man nicht alleine machen kann oder wo es einfach für Vorteil ist, wenn man jemanden hat, der einem hilft. Jetzt habt ihr einen kurzen Einblick in unseren Alltag gehabt. Wie ihr gesehen habt, war es kein typisches Chemie-Labor, was es aber um einiges spannender macht, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch bewerben. Wir würden euch sehr auf eure Bewerbung freuen.